Okay, Leute. Hier sind wir wieder. Ich bin Tobi-San und gerade eben ist Aaron abgekackt. Wir befinden uns jetzt in Kapitel 1 und das heißt die Abriegelung. Oh ja. Ja, wie gesagt, Aaron ist gestorben. Wir haben die Kralle... Oh, cool, cool, cool. Um schalten, herausspringen. Okay, wir haben die Kralle bekommen. Von Aaron. Das heißt, wir kommen, wir haben sie uns halt einfach genommen. Und, äh, ja. Jetzt geht's weiter. Das war ziemlich coole Story mit dem Kraftstein und so schon. Fand ich ziemlich geil. Mit Hilfe der Kralle kann ich hohe Mauern erklimmen. Okay. Wenn ich aber was kurz hier gucken, ob es hier noch irgendwas... Gibt, aber ich werde keinen Bettler bestellen. Und hier gibt's auch sonst nicht viel, als... Na, da oben blinkt, aber was? Okay. Vernexte Mal, vernexte Mal. Okay, drücke H, um Nahrung zu konsumieren und einen Teil deiner Gesundheit zu regenerieren. H wie Health. Aber ich bin eigentlich ganz gesund. Ja, und da hat noch keiner was getan. Ja. Der Big Ben. Fuck. Fuck. Aber bei Mass Effect 3 ist... Also ich bin ja noch nicht so weit. Bist du ja wahrscheinlich. Äh, auf jeden Fall bei Mass Effect 3, da gibt's ja auch dann den Big Ben, gell? Und London, wo dann die Action ein bisschen abgeht. Ja. Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Okay, das Verrätertor, alles klar, alles klar. Kann ich eigentlich hier jetzt speichern, an der Stelle? Kann ich sogar. Ja, cool, cool, cool. Machen wir mal. Ihr wisst ja, ich bin da kein großer Fan vom Schnellspeichern. Abspekt, glaube ich, Mass Effect 3 ist das erste Mal richtig benutzt und war cool, weil es den Spielfluss auf jeden Fall erhalten hat. Mache auch weiter damit. Ja, genau. Genau, seit wann erhalten Schlösser mich auf, keine Ahnung. Vielleicht sei es Schlösser gibt. Weiß ich uns so genau. Okay, da ist ein Schmied. Kommt mal hier schön hoch. Jawohl, neue Karte F1. Aha. Oh, was für eine hässliche Karte. Oh, Leute. Oh mein Gott, was für eine hässliche Karte. Oh, oh. Oh, oh Gott. Was für eine hässliche Karte. Okay, Unikat. Ich habe ein Unikat gesammelt. Und zwar das funkelnde Federkleid. Ein vergessenes Andenken an Lady Christinas feierwürdiger Jugend vor dem Unfall, seitdem sie will besessen für verletzte Vögel. So, jetzt. Okay, cool. Hm. Hm. Okay, also Sound ist auf jeden Fall geil. Richtig cool. Nein. Hier schleicht niemand um. Oh je, 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 je. Jedenfalls, dieser Absturz war keine, noch nicht geplant. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Ja. Gut, Schluss knacken. Machen wir. Ja, bipp, 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 bipp. Äh, passt. Zweite. Passt. Dritte. Passt. Jawohl. Nahrung immer gut. Das ist ja geil. Das sind enge Gänge hier. Hört alle her. Hört alle her. Die Steinhauer Gasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang. Au. Was siehst du dir da an, den Preis dieser Maske? Damit könnte man ein Jahr lang hundert hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstnordseuche. Okay. Ja, das wäre schon geil, oder? Maske stehlen und das Tor da. Geil. Kapitel 1, Abriegelung. Seht ihr? Ja, genau. Keep on playing. Yeah. Flackern immer noch. Kann die verfluchten Dinger denn niemand reparieren? Finde mal einen Handwerker, dessen Finger nicht gebrochen sind. Straßen sind nicht mehr sicher. Meinen Nacken schmerzt. Gut. Vorbei und hoch hier. Aber wie komme ich jetzt hier rein? Ich will nur meine Wasserpfeite nicht vergolden. Ich will nur meine Wasserpfeite nicht vergolden. Okay. Hier auf jeden Fall müsste irgendwo der Hintereingang sein. Ey, du Drecksau. Was macht der? Okay. 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 Ist das hier jetzt nicht das Geschäft von hinten? Gell, das ist das Geschäft von hinten? Ja. Und da gehen wir jetzt rein. Gut, das sieht gut aus, oder? Ah, da ist schon einer drin. Okay. Das macht die Tür leise auf, mein Freund. Oh Gott, ich. Herr Papa. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Das Lötzinn ist noch nicht wahr. Aha. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Was? War ausreichend? Oh, ja, 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 ja. Der erste Kampf war ja ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, ja, klar. Klar, letzten Speicherpunkt laden. Ja. Ein paar Fragen. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Genau, er geht jetzt hier rüber. Das Lötzinn ist noch nicht wahr. Und jetzt? Vielleicht traf ich heute Nacht. So, mal sehen. Vetter. Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen Landen, die oben im Regen verrotten, beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Okay. Oh, ja. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Hätte ich so einen Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Okay, dann ist... Wer dich, der ein Juwelier mit leeren Händen verlässt? Ich sollte diese Maske stillen. Puh, ihr seht schon, ich sag hier gar nichts. Ich möchte nämlich hier meine Ruhe haben. Okay, ganz cool, ganz leise. Das ist ganz leise sein. Puh, puh, puh. Nur K.O. geschlagen. Nichts Schlimmes passiert. Nichts Schlimmes. Gibt es kein zurück mehr. Okay. 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 Was ist das? Oh fuck. Okay, okay. Okay. Und wieder runter. Also. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Können wir speichern an der Stelle nochmal? Können wir schon speichern? Ja, können wir speichern. Okay, cool. Wie man jetzt da hinkommt. Ich möchte ja die Maske. Okay, die Wache kommt auf jeden Fall nicht hier raus. Ich werde ihm zeigen, wie wir das in Scholz geht regeln. Vielleicht sollte ich mal nach seiner Frau sehen. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Tintenfass. Okay, okay. Richtig schön. Da kommt nicht hier rein, oder? Das ist so müde. Nee, da kommt nicht hier rein. Da kommt nicht hier rein. Oh Mann, du. Nee, das kann nicht. Ja, es gab jetzt noch so viele Verstecke, die wir gar nicht angeguckt haben. Okay, okay, cool. Wir haben hier in dem Schrank den Kandelaber gar nicht mitgenommen. Den nehmen wir aber mit. Okay, jetzt kommt er gleich zurück. Jetzt müssen wir hier kurz warten, bis er weg ist wieder. Oh ja, und dann holen wir die Maske. Ich werde ihm zeigen, wie wir das in Scholz geht regeln. Was ist mit den Eintoppenklingen passiert? So, jetzt warten wir, bis er eine Runde rum macht. Alles, was wir gegen die Schwermut kriegen, ist ein Schluck von Troys Wunder-Elixier. Ja. Reicht doch. Und dann gehen wir durch diese Türe hier durch. Das ist unser Weg. Immerhin kriege ich Geld dafür, dass ich mich von der Straße fernhalte. Ey, Alter. Was geschieht hier? Hat sich da gerade was bewegt? Nein. Das Funkeln der Edelsteine irritiert mich. Oje, oje. Okay, aber dieses blöde Schloss zu knacken, das ist nicht so einfach, gell? Ob ein Kopfgeld auf den Kerl ausgesetzt ist? Jetzt mal ehrlich, kann ich den nicht einfach umlegen, der geht mir auf den Sack. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Hä? Ein Königreich für einen heißen Kaffee. So, jetzt. Sorry, da ging mir einfach zu sehr auf den Sack. Das hält sich ja nicht aus. Okay. Schloss knacken. Gut. Hallo, Stiftsetzen. Jawohl. Stiftsetzen. 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 Das war halt die böse Wache hier. Jetzt K.O. geschlagen. Ah ja, was soll das? Weißt du, da machst du da immer rum. Hätte ich mal das Licht ausmachen können. Das weiß ich, ich habe alles fürs nächste Mal. Kein Problem. Okay. Hm. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er viel Geld dafür. Cool. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Das machen wir noch mal so. Ich gucke dann einfach mal, wo das Ding ist, wo das Schnellspeichern ist, da müsst ihr euch das nächste Mal keine Sorgen machen. Und jetzt gehen wir raus hier. Und ich sag mal, andererseits, unten gab es auch viele Sachen zu holen, wenn wir den auch K.O. schlagen unten. Also ich sag mal so, wir haben das Problem echt gelöst, indem wir den K.O. geschlagen haben. Okay. Bei allen toten Göttern. So, jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Nehmen wir hier ein bisschen mit. Aber wir haben den jetzt mal so richtig ausgeraubt. Das gibt es gar nicht. Wenn wir den ausgeraubt haben. Aber volle Kanone, gell? Ich werde krank. Das spüre ich. Okay. Und raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Ja, die Gute haben wir auch komplett beklaut. Aber sowas von komplett. Hier waren wir nicht drin. Ha, 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 ha. Oh ja, Leute. Der Reichtum. Ah, die Ohrringe waren jetzt schon gut, oder? Haben wir jetzt nichts. Gibt es hier noch was? Eine Zeitung? The Citizen. Wer bewacht die Wachhunde? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Da fällt mir grad was ein. Wir haben doch noch was vergessen. Und zwar unten. Das Bild. Man kann doch hinter das Bild gucken unten. Und das haben wir. Das will ich auf keinen Fall vergessen. Das müssen wir noch holen. Sorry. Die Folge wird ein bisschen länger, aber es macht nichts. Hier. Das Bild. Jetzt. Okay. Hier. Oh je. Keine Ahnung, wie soll die Nummer sein? Steht hier irgendwo was von der Nummer? Ne, steht nichts von der Nummer, oder? Wie ist die Nummer? Leute, wie ist die Nummer? Feuerpfeil, cool. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Okay, okay, aber wie ist die Nummer? Mal gucken, können wir in das Journal eigentlich rein? Wie können wir da rein? Nee, das war anders. Wie kommt man in das Journal? Freunde, wie kommt man in das Journal? Auf jeden Fall, das machen wir jetzt doch in der nächsten Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.